Hallo und willkommen zu der neuen Folge Minecraft Apollo zu der vierten Ausgabe von der vierten Folge von Apollo hier. Ja, willkommen in der neuen Folge Apollo hier. Genau, ihr seht schon, ich habe den Tower weitergebaut. Hier ist gerade noch ein Bug hier, da muss ich noch Lichter setzen oder so. Ich zeige euch das nachher vom Spawn hier, nämlich in den Tower. Ist richtig, der sieht mega-mäßig cool aus einfach. Ich habe schon weitergebaut hier. Ich habe fast alle Seiten, nur hinten die Seite und die Seite, da vorne fehlt noch, also von den Wänden hier. Ich bin schon fast fertig, ich meine, wenn er fertig ist, dann wird es echt cool. Dann kann ich endlich mal einziehen hier in den Tower. Und, äh, genau. So, ähm, bezüglich dem Franz-Match, genau. Wie heißt es nicht, noch nichts weiß. Äh, JuniRsland30.shop hier eingeplant gerade. Ähm, gibt es ja saftige Designs, wie zum Beispiel so ein Wedermäppchen. Vorher, das könnt ihr in der Schule mitnehmen oder so und Stifte reingeben, alles mögliche, Füller, Bleistifte, Buntstifte und wer immer. Äh, ein Stück Buntstifte. Ähm, ja. Ähm, dann gibt es auch eine Taste, die so richtig cool aussieht, einfach innen blau ist und so. Und außen weiß mit den Wolken und so und hier richtig viele, ähm, Effekte und so hat. Und dann gibt es auch noch einen Pulli. Und hier sieht man noch mal das komplette Design, äh, ganz aus, äh, ganz ausgeschnitten und hier ganz frei. Das sieht doch echt cool aus. Hier ist kleiner Franzl, äh, mit, mit den reflektierten Augen und mit den Schnitzel hier. Und mit den Wolken herum und mit, der sitzt gerne in den Flieger und die fickeren Wolken. Äh, die Wolken und die Welt. Ich finde das richtig megamäßig cool. Es gibt ja noch alles mögliche, zum Beispiel, hier gibt es noch, ähm, gutes altes Dings, ja. Und, äh, wer hier noch nicht weiß, man kann hier drauf gehen. Okay, ich glaube, das geht da nicht. Äh, wenn man ja nicht auf das Schnitzel hier drauf geht, natürlich steht da mal Schnitzel im Browser. Das ist richtig cool. Ähm, genau. Äh, es gibt ja nämlich auch verschiedene Sachen, wie auch Turnbeutel gibt es hier auch. Und, äh, Handyhüllen. Also, wenn ihr irgendwie ein Handy habt und eine neue Hülle braucht, dann nehmt unbedingt. Das Franzl ist ein, äh, hier für Asyl. Das sieht richtig cool aus, ja. Gibt es auch hier, ähm, das gute alte, äh, die gute alte Schuldasche. Könnt ihr die Schuldasche bestellen. Ähm, ja, das für nur 30 Euro. Das ist ja echt ein Schnäppchen eigentlich. Äh, da könnt ihr, äh, die könnt ihr praktisch, könnt ihr praktisch alle möglichen Sachen, eure Hefte und so reingeben. Da seid ihr richtig stylisch eigentlich dabei. Ähm, genau. Ähm, so. Was ich heute machen wollte, ist eigentlich, ich wollte, äh, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich hier mal, ähm, genau. Ich könnte mal rüberschauen hier, äh, zu dem Gutmann. Ich nehme mal mein Holz mit. Äh, mein Geldmann ich. Egal, ich könnte mal rüberschauen hier zu meinem Tower. Ich finde das schon richtig cool aus bei mir. Vor allem hier die Dusche. Ähm, genau. So, eigentlich wollte ich nur noch, ähm, hi, hi. Untertan. Ja, ja, was ist Gott? Ähm, also zu heiß. Äh, was ist denn, was ist denn Gott? Ich habe neue Aufträge für dich. Ähm, ja. Okay, warte mal. Ich glaube, das ist, äh, so. Soll schon passen hier. Ich habe einen neuen Auftrag für mich. Achso, Auftrag. Ähm, okay. Das ist irgendwie verpackt. Würdige, würdige meine Gottheit, indem du mir eine Statue baust. Ach klar, bring mir Rinderfleisch. Hab mir Hunger. Töte 20 Kühe. Das heißt, okay, ich muss 20 Kühe töten und, äh, Dings und eine Statue bauen. Okay. Ähm, was hast du denn für einen Stab denn da? Was hast du denn für einen Stab? Macht er Aua? Ich denke, ja. Ich gehe mal lieber nicht zu nahe. Oh, oh. Äh. Okay. Ähm, so. Eine Statue. Ich denke, die Items sind wieder drin für die Statue. So wie bei der Dusche, denke ich. Äh. Glaube ich. So. So, ich denke, ja, das sieht neu. Ja, okay, nice. Okay, ist wieder richtig viel Gold drin. Ich glaube, das ist alles für eine Statue. So. Ähm. Ich denke, ich weiß. Oh. Der Spiel ist schon wieder mit dem Stab. Ich glaube, der Stab macht Blitze oder so. Weil er schafft Blitze. Ähm. So, dann gehe ich mal hier. Ähm. Oh, oh. Ich brauche auch wieder Essen. Ähm. So, dann gehe ich mal hier zum Dings hin. Ich glaube, hier ist eigentlich der perfekte Ort für eine Statue. Denke ich, oder? Hier. Ich denke, das ist hier ein perfekter Ort. Hier sitzt du da auch. Genieß die Aussicht hier. Als Terraformel mache ich später noch. Keine Angst hier, Leute. Ähm. So. Jetzt brauche ich erstmal eine Statue hier. Ähm. Ich habe nicht so eine Idee gehabt. Ich brauche noch Cobblestone. Ich brauche noch schnell Cobblestone hier. Ähm. Okay, das schauen wir ja schon zu. Äh. Ich brauche noch schnell Cobblestone, dass ich so einen kleinen Stein hier hin baue. Kriege ich natürlich ganz hin, weil ich kein Ende seid oder so habe. Aber egal hier. Ähm. So, so, so. So. Cobblestone, Cobblestone. Und jetzt Cobblestone, okay, nice. Ähm. Genau. Heute wollte ich eigentlich sprechen über das Thema, ähm. Ähm. Ob ich irgendwie, ob die anderen schon irgendwas gebaut haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, die anderen sind gerade hier in diesem Server. Hallo. Ist hier wer online? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist gerade keiner online. So. Ähm. Wie soll ich in welche Richtung soll ich denn die Start der Bahn bauen? In die, oder? Mal schauen mal in die Richtung wo. Achso, in die Richtung. Okay. Dann brauche ich das. So. Dann brauche ich irgendwie einen kleinen Stein hier. Ähm. So, so, so. Ich hoffe, das geht irgendwie den Weg aus. Wenn nicht, dann lege ich einfach den Weg hier irgendwie um. So. Ein kleiner Stein. Wo ich so, dass ein Fuß hier irgendwie, ähm, hier drauf ist. Hier auf dem Stein. Der andere Fuß irgendwie. So, so, so. Das wird irgendwie passen. Ich hoffe, das geht irgendwie mit Blöcken aus. Aber es wird schon, wird sich schon ausgehen. So, weil ich habe hier jetzt relativ viele Blöcke. Und hier sieht man den Franz, äh, den Franzlzauer, wollte ich schon sagen. Dings, äh, wo ist das Gold? Äh, das Gold ist hier, äh, keine Angst. Das mache ich schon, äh, ich mache das schon. Keine Angst. Keine Angst. So, dann mache ich so. Da habe ich schon das Gold hier. Jetzt habe ich falsch einen Block passiert. Äh, hier. So. Und da oben auch. Oh, oh. So. Äh, so, so, so. Sag ich nicht, ich habe da auch. Nee, habe ich nicht. Ähm. Alright. Und, äh, wie baue ich das? Baue ich, glaube ich, so. Ich denke, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, denke ich. Oder, ja? Nicht mal, wenn das irgendwie gut aussieht. Ja. Naja, nein, das sieht gut aus. So, ähm. So, dann baue ich hier, glaube ich, jetzt mal in Dings hier hin. So, und warte. Jetzt muss ich das abbauen. Und das hier. Ich muss mir auch irgendwie, ne, Dings, ähm, demnächst bauen. Wie gesagt, rechts oben beim I, äh, Folge, Folge auschecken. Wer die Folge, Folge nicht gesehen hat hier. Ähm, so. Äh, habe ich das jetzt irgendwie, äh. Ich habe jetzt die Statue fertig. Und, äh, schaut einfach, wie sie geworden ist. Warte, ich muss ja weiter auch weggehen. Wie cool sieht der einfach aus. Warte mal, ich kann hier, glaube ich, irgendwie ein Baum oder so. Oder, warte mal, ich glaube, ich kann hier einfach irgendwie ins Wasser gehen schnell. Wie megamäßig cool sieht der aber aus. Ich glaube nie, dass Tops das so gut hinkriegt. Mit so einer Krone und mit so einem Stab hier. Sieht aber megamäßig cool aus. Nie im Leben kriegt Tops oder Floh oder irgendwer sowas hin. Das ist richtig cool. Aber ich bin richtig stolz jetzt auf mich. Ähm, ja. So, ich habe es eigentlich abgeschlossen jetzt. Also stimmt, warte mal. Rinderfleisch. Stimmt ja, wie das Rinderfleisch noch, gell. Ähm. Äh, wo bleibt er? Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich, 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 ich hole schon. Ich glaube, der Typ ist echt irgendwie, keine Ahnung. Äh, warte mal. Ich kann jetzt schauen schnell zu meiner Farm. Ob ich, äh, ob mein Ding schon fertig ist. Mein Werzen. Weil dann kann ich mit dem Werzen eigentlich gleich die Kühe züchten drüben. Beim, ähm, Dings, wie heißt das? Beim Villager-Dorf. Weil deshalb habe ich nämlich Kühe drüben. So, bam, bam. Und hier, so, bam, bam, bam. Und, so. Und, genau. Es reicht genau für drei Weizen. Das passt perfekt hier. So, so, so. Und, äh, ja, so. Und Basil, oder was denn ist. Ein Dings, ja. So, das heißt noch 20 Rinderfleisch. Okay, dann passt das perfekt hier eigentlich. Ähm, dann geben wir noch schnell 20, äh, Rinderfleisch-Killen hier. Kann ich gleich paaren. Aber wo sind noch Kühe? Ich glaube, ich gehe gar nicht wirklich zum Dings, weil ich schaue einfach dahinter noch Kühe irgendwo sind. Äh, boah, ist er gebraten drinnen gestanden oder nicht gebraten? Äh, boah, Rinderfleisch. Schau, wir hungern. Äh, ist nicht gebraten, ne, aber ich glaube, er meint gebraten nicht, dass er mich da irgendwie, keine Ahnung, nicht mag oder so. So, ähm, so, das heißt, ähm, die züchte ich mal. Ich glaube, ich kille aber nicht. Ich glaube, ich kille mit anderen. Ich glaube, ich kille nicht die hier drinnen. Ähm, Kühe, Kühe, Kühe. Ähm, oh, la, das ist ja Topster vorne gebaut, fällt mir drauf. Oh, la, so ein Haus hat schon gebaut. Kann man auch demnächst unbedingt hinschauen. Mein Rinderfleisch. Das heißt Rinderfleisch, das heißt Kühe. Ähm, okay, wo sind Kühe? Kühe, Kühe, Kühe. Äh, Kühe, die Kühe, Kühe. Was bist du? Notary Luist, okay. Äh, viel Spaß noch hier. Wo sind die Kühe? Ich brauche unbedingt irgendwie, irgendein Fortbewegungsmittel brauche ich. Ähm, da vorne sind wir auch nur Krone. So, ähm, ich habe auch kein Essen mehr. Okay, ich bin gerade irgendwas level up geworden. Äh, ich weiß nicht, wo man das sieht. Was bist du? Leder, Antiterleder. Hier ist die Kuh. Ähm, so. Irgendwann brauche ich mal eine riesige Kuhfarbe. Okay, zwei habe ich schon nicht. Ich glaube, Chickens ist auch so eine Dings, wo ich irgendwie 25 Chickens oder so, also solche Hühner töten muss. Ich hatte auch eine Quest hier. Oh, 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 und wir sind die Dings ausgegangen. Äh, wohl. Ne, es fühlt sich wieder leichter auf. Was bist du denn da vorne? Was bist du? Da vorne ist ein Pferd. Was bist du? Bist du eine Ziege? Hallo, Zigi? Du greifst mich an. Ne, kann ich die killen? Ich habe die gekillt. Okay, Gameausglieder. Hm. Was ist das da vorne? Ich glaube, es ist ein Monster. Ich kann nicht wissen, was das ist. Ähm, da vorne ist auch nicht so ein Typ. Das sind doch richtig viele Händler eigentlich. Obwohl es ja die Kühe ist. Als ob die nirgends wo Kühe sind. Und jetzt glaube ich, äh, okay, alles. Muss ich wieder Dings und die sind Kühe bisher auch. Ähm, was ist da vorne? Auch wieder so ein Händler, glaube ich. Das sind richtig viele Händler. Ich frage mich hier eigentlich, wo die Dings sind. Da weiß ich nicht mehr ein bisschen Scharfe auch mit. Ich bin ja gleich Level Up geworden oder so. Irgendwo. Ich weiß nicht, wo. Wenn ihr wisst, wo man das nachschauen kann. Kann. Hier vorne ist noch eine Kuh. Und unbedingt Kommentare schreiben. Ich brauche unbedingt auch gleich Leder. Das heißt, ich habe zwei. Oh, oh. Ich sterbe schon. Glaube ich, oder? Äh, so. Ich bin jetzt hier wieder da in dem guten alten Haus. Ich habe ja schon angefangen zu schmelzen hier. Ist gleich fertig. Ähm, so. Dann gebe ich ja beim Essen hier das rein. So. Ähm, genau. Dings hier. Äh, ich hoffe, das ist jetzt noch da davor, ne? Hallo? Ähm. Ja, wer hat das? Hä, wer hat das Zeus? Ja, wer hat das Zeus? Ah, hi, Zeus. Ähm. Ich habe da eine 20, ähm, äh, Rinder, 20 Rinderfleisch hier. Ja, 20 Rinderfleisch. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, es passt hier. Ähm, okay, was schreibt er, was macht er, was sagt er? Sagt er? Na, endlich. Ja, ich weiß, na, endlich. Äh, es hat länger gedauert. Ich weiß, ähm, Kürze nicht so einfach zu finden, ja? Ähm, okay. Ähm, was ist das hier? Kamouflage-Pads. Hier, das habe ich auf der Straße gefunden. Was kann man so denn machen? Secret room, secret room. Leather, camouflage, which? Secret wooden trapter? Button? Trap, trap, pressure plate? Secret player plate? Oh, mein, oh, oh mein Gott, Leute. Mir ist gerade, oh, ist das gerade schon? Oh mein Gott, mir ist gerade extrem guter Idee ausfallen. Also, Leute, äh, wir haben hier eine Quelle, oh mein Gott, wenn das funktioniert. Äh, wir haben eine Quest, ähm, bauer ein, bauer ein Dings hier, bauer eine Falle, oder die erste Falle. Schau, ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, die erste Falle, war eine Falle mit anderen Spiele. Ich baue einfach, ich baue einfach Flo eine Falle mit dem TNT und mit der Secret Pressure Plate. Nicht die Secret Pressure Plate. Oh, ich glaube, ich bin gerade weggegangen oder so. Die, die schaut aus wie ein normaler Block, nur wenn man drüber geht, aktiviert das praktisch. Und Flo, die haben mir ja so ein Dings gegeben. So, 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 so ein TNT. So, das heißt, TNT, die Craft, muss er sein, das heißt, Wolle, glaube ich, was? Ne, U. Ähm, so, was, ich craft mir, eine Pressure Plate. Pressure Plate. Ähm, Blue, okay. Okay, äh, vier Wolle, das und ein Pressure Plate. Das war es eigentlich, glaube ich. So, ich kann es eigentlich direkt machen hier. Ähm, vier Wolle, denke ich. Vier. Äh, so, 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 aber ich brauche noch vier. Das heißt, die anderen Zwecke kann ich mir aufheben. Funktioniert es? Oh, es funktioniert wirklich. Okay, okay, okay. Okay. Okay, ähm, ich habe jetzt ein Pressure Plate. So, warte mal, ich kann eigentlich, äh, was war noch? Äh, genau, ich wollte heute noch machen, einen Shop im Spawn. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier baue. Ähm, Spawn, äh, mit Wolle, äh. Ja, ich kann mal anfangen hier einen Spawn, äh, einen Spawn hier, einen Shop bauen. Und ich probiere halt das TNT-Dings. Hier eine Falle entfluchtbar. Da bin ich schon neugierig eigentlich drauf. Okay, okay, okay. Ähm, so. Ich könnte mir auch noch Dings hier, ähm, machen. Eigentlich einen Shunk. Aber bisher brauche ich eigentlich noch keinen Shunk. Ähm, genau, hier ist noch ein Pferd. Irgendwie muss ich das noch verschöner hier unten, den Tower hier. Kann man irgendwie mitpflanzen oder so. Irgendwie will ich das schon hinkriegen. Aber momentan ist der Tower halt noch in Arbeit. Also, keine Angst mehr. Jetzt, jetzt mal ich den Tower anschauen von Dings. Oder was ist das hier? Tops stinkt? Äh, warte mal. Leute, ich hab, ich hab ne Idee. Ähm, wenn Tops hier, ähm, die, wenn diese Folge hier, ähm, die 1000 Likes kriegt, 1000 Likes. Also, du hast ja schon tausend Likes, diese Folge. Dann, 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 dann nehm ich einfach, dann nehm ich einfach, dann nehm ich einfach das Spielzeige und bautobst deine Haare ab. Bzw. rasier einfach die Haare von ihm ab. Ich glaube, ich mach das einfach. Ähm, so. Ich geh nur kurz zum Flo rein hier. Wie viel hat er schon? Ich hab sieben. Flo hat fünf Junks. Okay. Ähm, so. Dann geh ich mal hier zum guten Werten Flo. Und ich hoffe, er ist nicht zu Hause. Der ist halt gut gemacht hier. Den Weg hier. Team Meloner Dings. Ähm, okay. Hallo, Flo? Warte mal. Ich muss jetzt leise sein. Nicht, dass Flo hört oder so. Aber ich glaube nicht, dass er mich hört. Hätte ich gesagt, er hat sich, äh, Dings hier, sich, äh, Kerzen. Okay, jetzt muss ich leise sein. Flo? Bist du da, Flo? Ich will ein Geschenk bringen, Flo. Flo, warte mal. Ich denke, er ist nicht da. Ist er nicht da? Ich höre ihn zumindest nicht. Dann muss ich schnell was essen. Ich denke nicht, dass er da ist, oder? Wow. You feel the wind carrier. Ich bin richtig schnell, okay. Okay, ich glaube, jetzt nicht gerade da. Ich sehe irgendwas. Ähm, so ein Geschenk noch. Jetzt heißt, ich baue jetzt so. So würde ich sagen. So. Dann baue ich so. Und so. Und, äh, warte mal. Ich glaube, ich muss zuerst, denke ich. Oh, oh, mein Spielzeug ist kaputt gegangen. Das ist nicht gut. Äh, so machen. Dann kann ich so machen. Oh, oh. Okay, ich kann mal wieder abbauen. Geht das nicht? Auf Gras habe ich das ja getestet. Das geht ja, oder? So geht's ja. Ich glaube, es muss Gras runterwachsen, denke ich. Ähm. Ich glaube, ich darf auf der Seite. Man hat Flo irgendwo eine Spitzsäcke oder so drinnen, die man kurz ausbauen kann. Äh. Der hat richtig viel TNT noch. Ähm. Wum, 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 wum. Hat irgendwelche Spitzsäcke irgendwo drinnen. Egal, ich kauf mir noch schnell. Ne, Steinspitzsäcke. Äh, es wird Flo ja nicht ausmachen hier. Äh, so, so. So. Bam. So. Eigentlich sollte er jetzt. Warum wird das zu Stein? Das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt hier mache. Ne, es wird auch zu Stein. Ich denke, das muss wirklich wachsen hier. Ähm. Warte, warte mal. Oder ist das, weil auf der Seite die Steine ist? Ne, ich denke, es muss wachsen. Ähm. Warte mal. Ich könnte mal hier so machen. Äh. Oder wie soll ich das machen? Nicht, dass er drüber rennt. Dass er eher so, ähm, denkt. Warte, ich kann das abbauen. Kann ich irgendein Schild hinbauen oder so? Ähm. So. So, so. So. Dass ich hier jetzt so am Holz platziere eigentlich. Das wäre perfekt. Dass wenn ich hier jetzt das TNT runter platziere. Ähm. Oder zuerst am Holz platziere. Ne, das wird wieder Dings. Wo geht das nicht? Äh. Geht das hier im Holz? Ne. Wo funktioniert das nicht? Ich glaube, es muss wirklich. Ich gehe wirklich nur auf Gras. Auf Gras hier. Oder irgendwo. Gras. Wo er drüber hüpfen muss. Ich denke hier, gell. Glaubst du, glaubt ihr? Der geht hier raus? Ich denke schon, oder? Ähm. Das heißt, wenn ich es so mache. Äh. Wenn ich jetzt so mache. Hoffentlich wächst das hier jetzt schnell. Ich warte kurz, bis das hier wächst. Oder das hier auch drinnen wächst. Ähm. Ja. Und dann sehen wir. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe es jetzt genau. Ähm. Nämlich. Ich, ich, ich. Wenn man hier drauf tritt. Und hier ist ein Pressure Plate. Ich habe jetzt Redstone in die Mine geholt. Ähm. Das geht das hier lang. Hier lang. Und irgendwo hier ist TNT. Zwei TNT. Ich habe genau zwei TNT genommen. Und ich hoffe, das passt hier. Nicht, dass er ist ein komplett. Das heißt, es ist so ein kleiner Grater nachher. Aber wenn er da vorne drauf tritt, dann ist er einfach explodieren und alles. Und das ist richtig cool. Ich habe jetzt tatsächlich, ich wollte es nicht bei einem Chiseln ein Bit, was der da gebaut hat, wollte ich jetzt nicht machen. Weil, äh, sonst zerstöre ich ihn alles oder so. Genau. Und jetzt wollte ich noch hier, ähm, äh, guten alten, ähm, Dings hier bauen. Einen guten alten Weg. Äh, Weg wollte ich schon sagen. Einen guten alten Shop hier. So ein kleiner. Anfangen aber nur. Finde ich noch recht fertig bauen hier. Ähm. Und ja. Äh, genau. Ich habe hier bauen. Aber ich brauche halt noch rote und weiße Wolle hier. Für den Shop. Und, ähm, ja. So, was ist das hier? Ich weiß immer noch nicht, was die kleinen Häuser sind. Aber ich glaube, es ist nur ein Deko da. So ein Crafting Table. Ich glaube, ich bin direkt bei meinen Dings hier in den Shop. Ich weiß nicht, ob Flo da schon einen Shop hat. Ich glaube aber nicht. Schaut das so aus. So, ich glaube, ich fange hier mal an, so ein kleiner Shop zu bauen. So, äh, bam, 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 bam. So ein bisschen nach hinten. So. Äh, wird schon irgendwie passen hier. So. So. Dann hier, so. So ein kleiner Shop habe ich jetzt. Ähm, schaut relativ cool aus eigentlich. Ähm, und ja. Ich baue halt demnächst noch weiter hier. Ich habe jetzt so ein Starterhaus hier gebaut. Mehr oder weniger, das ist so ein Startershop. Ähm, genau. Und jetzt können wir die Quest abschließen. Ähm, hier. Äh, bauen eine Falle für einen Mitspieler. So. Pam. Okay, das kriege ich hier raus aus den Dings. Woden Box. Oh, ich habe einen Iron Nugget bekommen. Okay, nice. Ähm. Okay, jetzt kann ich hier noch einen Chunk Craft, äh, Craften, eigentlich. Einen Chunk, habe ich einen Chunk noch mehr hier. Einen Chunk Redo. Und, ähm, ja. Ja, mein Tower sieht schon so richtig aus. Ich muss aber das noch hier verbessern. Dass es besser aussieht. Keine Angst, er ist noch in der Bauphase. Er ist noch ganz, gar, äh, fast gar nichts fertig hier. Und, ähm, ja. Das war es hier eigentlich jetzt. Äh, genau. Was ich noch machen wollte, ist eigentlich, äh, genau. Jetzt erstmal einen Chunk hier klemmen. Einen. Ich denke, ich mache das hier. Obwohl, da, da oben, wo der, äh, Dings ist, glaube ich, mache ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so. Ähm, das mache ich demnächst erst. Also, die ganze Claims heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ich brauche 16, äh, Dings hier. Dann kann ich das machen. Okay. Ähm, alright. Ich denke aber, das ist der Main Chunk hier. Und der Main Chunk wird, glaube ich, bei mir das wahrscheinlich sein. Oder, warte mal, was ist der Main Chunk? Ich glaube, der Main Chunk wird das hier sein. Und rundherum werde ich wahrscheinlich alles claimen hier. Was ich so richtiges Dorf noch habe. Okay, so. Und, so. Blumen kann ich auch hier reinlegen. Oder eigentlich, ja, dort. Nee, ich lege es. Ich lege es in D-Chest hier. In D-Chest. Und die da. Und Eisen, Eisen, Eisen. Hier Eisen. Und, äh, Redstone kann ich hier auch noch dazulegen. Zu dem Roten. So. Ähm, genau. Dann war es jetzt eigentlich für die Folge hier. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ich muss auch schnell hier einlagern. So. Äh, wenn es euch gefallen hat, unbedingt, äh, Like und ein Abo hier da lassen. Und, äh, ja. Warte, ich lage es noch schnell ein hier. Äh, so. Genau. Wie gesagt, ähm, Like und Abo das und Glocke aktivieren für mehr hier. Und auch Kommentare schreiben. Ich lese alle Kommentare hier, was ich schreibe. Also, einfach Kommentare schreiben, liken und für den Dings hier da hinten, für die Statue. Ähm, und genau. Shop, äh, Jonas hat 30.shop hier wie eingeblendet. Ähm, gibt es ja Merch hier. Ähm, ja. Wie schon erklärt. Die ganzen T-Shirts. Das, das Fiedermäppchen für die Schule, wo er alle möglichen Stifte, Füller, ähm, Bleistifte, äh, Farbstifte, alles mögliche. Und die Tasten. Es gibt auch Rucksäcke und zu uns, äh, Turnbeutel. Wie gesagt, alles auf Jonas hat 30.shop. Dann würde ich sagen, lasst Like und Abo da und, ähm, aktiviert die Glocke und ciao. Ciao.